Musik Fuck man! Alles klar bei dir? Ich wollte gerade heimfahren und kann dich mitnehmen, falls du willst. Ich glaube, wir kommen von derselben Party. Warum ist er einfach verschwunden? Du hast dich den ganzen verdachten Sonntag nicht bei mir gemeldet. Amy, du warst doch nie so. Was soll ich denn denken? Ein Typ? Wirklich? Die ganze Zeit behauptest du, dass du lesbisch bist und jetzt das?